Die Riesenwelt, weil alles riesig ist. Ja, guck mal. Willst du mal? Das muss sein. Das ist eigentlich eine gute Welt. Ja, richtig. Wollen wir gleich sehen, ob es das ist? Ja, wo wir da groß sind. Und der Boot ist nicht groß. Ah ne, leider nicht. Du musst wohl creme bleiben. Ja. 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 Da kann ich noch mehr wo ich spielen. Du weißt, wie noch ein merkwollter Blume war? Nö. Das rechte Raum ist dann. Das? Ja. Oh, glaub ich. Hä? Ja, von dem war! Mann! Oh Mann ey! Hallo! Kannst du drissen dich mal? Der zweite von da oben, von links. Der zweite von oben. Ja. Das. Das zweite! Das? Ja. Und oben. Oh. Rechts neben neben. Rechts neben dem ersten neben neben. Und runter. So. Machen wir den eins links? Ja. Da oben. Jetzt will sie nicht mehr. Ich weiß. Und gut, da war noch ein Münzen. Oh. Oh. Ah. Aber da rechts hinten. Und da drinnen. Das war Dacke Memory. Doch. Natürlich. Stimmt. Ehhh. Ach. Licht hin um. Sie kam doch nicht über nur so ein Fisch, oder? Man ist alleine rüber. Und springen. Mann, was soll denn das? Was? Wo hast du überhaupt nichts hin um? Du musst dir das Lippe was nehmen, weil du zur Zeit so drauf bist. Schöner Nacht. Schöner. Was hab ich da nicht... Ach Frau, warum komm ich da nicht drüber? Also kann durch die Brücke, jetzt kann sie da drüber springen. Die sind ja nicht so lang wie die davor. Ja. So, das war's aber. Mann, fick dich! Nach oben drücken! Dann drüber! Mach ich doch! Nächstes Mal spielst du den Stick. Ich spiel die auch nicht mehr. Nach oben, dann drüber drücken! Da drinnen ist bloß nicht... Nein! Da rechts den Fahrzeugblock anschießen! Rüber springen, ruhig springen! Das ist doch nicht dein... Hab's gehabt! Weg, weg! Mach da einfach... Mit Anlauf, dann springen rüber! Jetzt! Pech, du trittest, du trittest eh alles! Lauf einfach weiter! Lass die Scheiße einfach sind! Rennen! Rennen! Rennen einfach! Rennen! Rennen einfach! Spring! Ja, ich geh im Obo, Mann! Ach du! Wow, was ist das? Ey, ich krieg ne Macke! Was soll ich wissen, dass er mich da paralysiert? Mit seinen Scheiß-Stamp-Attacke! Mach doch nen Pilz aus einmal! Da kriegst du ja was! Unten ist Pilz aus! Ja, da ist ein rotes Pilz aus! Aber wir haben gerne auch! Ah, weißt du? Jetzt pass auf, wenn er springt, musst du hochspringen! Jetzt abpassen! Du musst nicht stehen bleiben, wenn der Opfen-Boden stampft! Oh! Spring! No, jetzt! No! Ah ja! Fetter Hammer-Bruder! Spring! Jetzt durch! Mann, wird sich verhorchen! Oder ein Labyrinth, glaube ich! Langsam! Das fällt! Was ist mit einem noch? Was ist mit einem Pilz oder denn? Ach, ich weiß nicht! Was ist mit einem Pilz oder denn? Ach, ich weiß nicht! Was ist jetzt? Mit einem Pilz oder? Ich weiß nicht, wenn du das nicht mehr aufhörst! Ach, was mach ich denn jetzt für eine Scheiße hier! Ich nehme auch gleich was! Mensch. Das kann ich nicht mal hin. Doch, ein Superstern. Was? Ein Stern. Wenn sie den ersten Teil durchrennen. Dann rennt gleich los. Ah, durch. Was ist das? Mann! Ich hab einfach gebockt, mal ganz ehrlich. Was ist denn das hier? Kannst du es dir erklären, was los ist? Kannst du es dir erklären? Nein. Wie ist das jetzt? Du, ich hab wirklich gehalten. Kann ich das ahnen? Ja, kannst du. Mann. Ah. Bist du im Heulen. So ein Dreckspiel, ey. Das hab ich noch nie gesehen in der Halle. Okay. Okay. Ach, bei mir. Das wär auch nicht schlecht. Besser nicht. Danke. Oh. Puh. Auch schon. Und bis ich das Kuss auch schon riechen kann. ... 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 Kapitel ... ... ... ... ... ... jetzt nicht doch du musst durch rutschen da nicht erst mal zurück jetzt musst du euch rutschen du bist so schnell vorhin hat es gut geklappt das schön zeit gelassen jetzt es wird zu schnell macht besser so wie es besser eine klinik muss knallhart durchziehen Das mache ich auch nicht. Was ist das? Mann, bewege ich dich. Oh. Wie willst du denn da durchkommen? Wie willst du denn da durchkommen? Pit, küsst du nicht? Musst du wohl das Ding durchspringen oder was? Die Kackfarben verschwinden ja auch nicht. Ah, Ropen. Mann, ich dachte, ich kann... Nein, du wohl auch schnell machst. Nee. Das ist ein schönes Leben, das du jetzt kriegst, das verlierst du jetzt einfach raus. Bringt ohne Schuss, bringt mir irgendwas. Nichts. Man muss die Flamme da auch nochmal runterjumpen da unten. Zieh, das zieht durch die Vorlocken. Hä? So. Jetzt ist es bitte schön, Schönen. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Ich habe hier die Hammer oder so, ne? Die Hammer bringt ja auch noch schuldig. Du musst durch, sobald er saß in das Greenhouse, das musst du drücken. Sobald er saß? Hm. Hallo. Was ist denn? Ich würde es denn da nennen? Was ist denn? Ah. Das ist immer so weit, super. Jetzt dass ich wusste. Kann ich doch nicht mit dir nehmen. Nein, weiter. Was ist? Wow. Was? Hm. Okay. Er ist so schlecht vorbei, ich glaube nicht. Das war nicht. Oh. Was? Was ist denn? Wer ist denn okay? Warum hat's die Mose Officerfect? Welche Bombeków machen wunderschön? Der ist vor Ort. Der ist in den gerade von der Beteiligung. Der ist hier in der 1. Der ist in der 1. Der ist in der 1. Ich bin jetzt mit dem 1. Piss dich ey! Pfff, warum spring eigentlich, wenn du im Wasser weibst? Pfff, komm jetzt hier. Das wird jetzt noch ein Pilzhaus. Und ein Hamurolo glaub ich. Bei Hamurolo kannst du den Stern nehmen. Da jetzt kommt weiter. Pfff, ich kann nicht mehr. Sorry, fertig ey. Pfff, was kommt jetzt? Äh, mit einem Stern. Das ist einfach. Pfff, ich kann nicht mehr sehen. Pfff, ich kann nicht mehr sehen. Was denn? Okay, mal zurück. So- Pfff. Ja, gut. Ja, das ist so schön. Waschbärens noch! Das ist gut. So was erkannt? Ja. Wenn ich die Kugel jetzt nicht erwürfe... So. Na unten nun. Hier, hier. Das kannst du natürlich nicht vollendlich. Jupp. Schaut, dass ich kein Leben abgeben kann. Weiß wohl mal geholt, jetzt. Das ist nicht so schlimm. Ich muss noch einmal drauf. Was ist das auch schon mal? Ja, in. Oh, das ist nicht so schlimm. Wenn du mal ein Schloss machen musst, man, das ist ja die Welt hier relativ schnell. Das ist schon der 16, dann kommt schon das Schloss. Ne, du kannst hier, ja, den kann man gut machen. Warum? Warum, weil der immer groß ist, mach eh nur. Das ist eh doch. Ja. Hm, musst du jetzt Löffel 6 oder Schloss machen? Oh man. Ja. Ich werde das ja nicht vorstellen. Ich glaube erst Löffel 6 und dann kommt Schloss. Löffel 6 musst du ja erst machen. Kanuki hast du noch. So, so was. Ist doch was ich hab. Ich hab die Hälfte schon durch. So schnell drücken bringt nichts. Ne. Ich will die Röse und die Röse nur. So, du musst am besten den Toten fliegen. Mann. Schieß den weg da. Du flieg am besten, soweit du kannst. Ja. Riech, riech. Oh. Oh. Ich will den Schnell drücken. Wo war denn die Dach? Was? Was? Was ist denn so gut? Ich weiß wie du kommst. Ich glaube du fließt nicht in deinen natürlichen direkten Abgrund. Vorsicht. Oh. Was ist das? Schnee raus irgendwo. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Vorsicht. Darin. Schnell darin. Ach, ach. Hier kannst du wechseln. Die großen. Klein machen. Schnell. Schnell. Oh. Bist du das Ding weg. Schnell. Ich gucke halt mal, ob du nicht dazu loskommst. Nein. Was ist das denn? Weiter. Und zieh durch. Oh. Alter. Ey doch. Wo ist das denn schon knapp vor einem? Oh. 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 Wenn du das jetzt nicht schaffst, du bist groß immerhin noch. Dann musst du aber ein großes Schloss machen. Oder du hast ja einen großen P-Flieger. Was geht denn da, ey? Das ist ja doch bald auch stark. Wie, ich... So, wer jetzt denn? Scheiße. Was ist das? Ah, hier bin ich. Wir müssen ja eine Heimtüro. Auch das! Oh Gott. Oh Gott, können wir den lenken? Ja. Oh! Alter! Lächer. Oh, was ist richtig? Ist das nicht mehr. Zum kurzen Lächer. Jetzt rum, hin, zu mimmer. Oh, das muss ich auch. Nein. Oh schon. Ich hab jetzt noch mal rausgekommen. Was mach ich denn, Mann? So. Huh. Was ist denn da noch? Kann ich eine Kamera rummachen? Folgen oder wie? Hm. Ich drüge mal eine Kamera mit denen. Na. 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 Na? Na. 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 Was ist denn los? Einfach um oberhalb fliegen! Was ist denn los? Doch da ist kein Problem. Ich fliehe einfach nur. Immer nur wegzdrücken. Immer nur wegzdrücken. Ich hatte immer einen Rechstücken, nicht öffnen. Da kannst du ja mal kurz landen. Das wär eigentlich das mit den Schrauben da. Das ist scheiße. Das ist das Glück, dass da am Dienstag ist. Oh, du fliehst hoch. Jetzt kommt der Schrauben. Was ist denn los? Tsch 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 tsch. Jetzt kommt der Schule rein. Ein Stück weit hier weiter. Sehr vorsichtig. Oh, fliege hoch. Und auf den Sand. Oh, die geht nicht mal, weil er sich nicht gut anrufen wird. Geh weg da! Ich hörte da hoch ab, nicht? Ich komm noch mal hoch. Soll ich nicht lernen? Oh! Ich glaube, das hätte ich so nicht geschafft. Ich bin so Flammen dahin. Da oben nicht ganz allein. Oh! Oh! Schöne Tanztesten. Oh! Oh! Einfach schnell extracken! Schnell extra! Einfach schnell extracken! Da rechts rüber! Ich bist da drüben, oder? Hier runter! Da ist er doch! Ich bin da. Sof! Da drüben. Da drüben ich mich einfach um. Wenn ich etwas trübze. Oh! 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 Wie du denn schon hoch? Jaaaa! Oah! Oah! Soll ich jetzt Atem! Auf dem Kopf noch. Hat jeder Einschluss, ich hoffe es ist so. Ach, bitte. Gut, tschüss. Was nächstes kommt glaube ich, warte mal, Wolken? Ne, Wolken ist 6. Doch, Wolken wird. Gut, dann machen wir. Oha. Stopp! Die ist auch nicht so klein, wie es da aussieht. Stopp! Und setzen hier bei Welt 5 einen Cut. Und beruhigen unsere Nerven erstmal, vor allem Susi. Diesmal nicht so nur so leid zum Ende hin, ging es ja noch. Aber am Anfang war natürlich völlig katastrophal. Ja. Aber, ich hoffe, wir hoffen beim nächsten Mal wird es besser. Ne. Ne? Ja? Ich hoffe es. Jetzt werden die Welten ja nicht wirklich einfacher. Jetzt werden sie ja viel schwieriger. Also, ja, wir haben noch sehr, sehr, sehr viel Spaß haben hier. In der Fall in der Wolkenwelt. Weil man auch da sehr oft abstürzen kann und so. Aber, naja. Werden wir dann den nächsten Part sehen. Wenn euch die zwei Welten und die Parts gefallen haben, dann macht doch gerne ein Like da. Ja, das beruhigt unsere Nerven wieder ein bisschen, wenn wir ein paar positive Beratungen sehen. Und dann würden wir uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Zu super Mario Bros 3. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Einen schönen Abend und wenn wir noch ein nächstes Video schaut, dann haben wir jetzt Retro Juli. Retro Susi. Out.